Herr Umge ist an dem Abend gegen 19 Uhr hier eingetroffen, hat im Restaurant noch was gegessen und ist dann auf sein Zimmer. Hat er... Hat er sein Zimmer dann auch verlassen? Nein, das wäre mir aufgefallen. Na also. Moment! Was ist mit dem Hinterhausgang? Den können Sie von Ihrer Position aus gar nicht sehen. Ihre Hintereingänge sind doch sicher alle Video überwacht, oder? Ja, selbstverständlich. Dann hätten wir gern das Material von vorgestern Abend. Wie Sie wünschen, ich lasse Ihnen gleich eine DVD brennen.